Hallo ihr Löchchen, liebe Leute. Wir spielen mal wieder Jackbox-Party-Games. Wir haben den Wigdings dabei. Und ihnen geht gar nichts. Wir brauchen ihn. Hallo, wir haben ihn gerade im Mund. Und der Rekos und der Barry ist auch dabei. Servus. Hi. Wir spielen ein lustiges Spiel. Jetzt erzähl uns Wigdings, was machen wir hier? Also, grundsätzlich ist das jetzt ein Trivial-Game. Es geht darum, dass eine Frage gestellt wird, in dem etwas geschehen ist. Und ihr müsst sagen, oder schätzen, in welchem Jahr das geschehen ist. Und wer am nächsten dran ist, bekommt am wenigsten Punkte, also die wenigsten Jahre. So, ja. Und wer die meisten Jahre hat, verliert. Wer die wenigsten Jahre hat, gewinnt. Und dann gibt es mittendrin auch mal ein paar extra Hunden, um die Jahre zu verlieren. Okay. Geil. Klingt cool. Ziemlich geil. Ja, wir wünschen. Ja, eins. Wird errichtet. Ja. Aber ich würde übrigens auch eine Zeitspannung gegeben. Ach so. Ah, okay. Ich sehe noch gar nicht. Ich sehe hier nur Time-Jinks. Ach so. Jetzt. Boah. Boah. Ich weiß es gar nicht mehr so wirklich, muss ich sagen. Ich weiß, wann der Mauffall war, aber nicht, wann es nicht gemacht wurde. Ja, weil das Ding fällt, ne? Scheiße. Ich rate einfach mal. Ich rate jetzt auch mal so ins Blaue. Also, irgendwie so in der Gegend, was ich geratet habe, muss es eigentlich sein. Wahrscheinlich ist es deswegen absolut falsch. Das wird irgendwann zwischen 40 und 70 gewesen sein, denke ich. Irgendwann dazwischen. Ja. Ich nehme mich da jetzt mal weit aus dem Fenster, aber ja, ich habe auch keinen sicheren Hinweis. Du hast eigentlich einen Vorteil uns gegenüber. Du kommst von da. Ja, aus Berlin? Nee. Nicht ganz. Ja, außer DDR. Theoretisch. Ja, aber das war, also, wir haben jetzt natürlich, wir reden jetzt von dem Geburtsjahr von 1989, ne? Das ist das. Ja, da war die, stand die Mauer noch, also, was ist das? Da stand die schon, ja. Ach, das wird gar nicht aufgelöst? Doch, doch, wo ist es? 61. Wo stand das? Wo stand das? Ihr habt eure Jahre auch gerade bekommen. Also, der Punkt, wenn er grün leuchtet, ist das die Antwort. Okay, ich habe jetzt hier nichts gesehen. Ich glaube, wir müssen den Stream doch aufmachen, Barry. Ja, nach der Runde. Das ist ja das Wichtigste dran. So. Als Geburtshilfswerkzeug. Ja, das weiß ich auch, dass es mal ein Thema war. Ja. Oh, ich glaube, ich habe... Bevor es so einen Kaiserschnittzeug gab an der Stelle oder sowas, dann hat man einfach die Kittensäle genommen, einfach mal aufgeschlitzt und hier die Person. Gute Idee. Ja. Bestimmt sehr gesund. Hey! Wo steht denn das jetzt? Bei Du musst in den Steam reingucken. Ja. Ja, okay. Äh, wirklich, ja, was denn? 80. 80. 80 tatsächlich. 17, 80. WikiLeaks wurde von Julian Assange. Oh Gott. Boah. In der Zeit, wo das wohl passiert ist, da war ich noch mit Animes beschäftigt und sowas. Ich habe keine Ahnung. Ja, da muss man raten. Ähm. Ich rate einfach. Eigentlich ist es auch so, wenn zwei Leute dasselbe Jahr haben, ist es ein Jinx, aber... Okay. Passiert halt nichts Großartiges. Oh. Es ist schade, dass die das nicht einfühlt hat, dass man doppelte Punkte bekommt oder sowas. Also doppelte Jahre. Ach so. Ja, das wäre natürlich auch cool, ja. 2006? Okay. WikiLeaks. Schmeckt. Wusste er das, oder? Denken nicht. Wahrscheinlich. Das werden wir nie erfahren. Ja. Ich schicke euch auf drei Partys in drei verschiedenen Jahrzehnten. Oh, ich habe Angst. Ich bin nicht gut angezogen. Entschuldigt sie los. Danke. Okay. Ich bin letzter, würde ich sagen. Die 1970er. Der ist die heiße Blonde auf dem Poster an deiner Wand. Fliegt ja nicht auf. Boah. In dieses Jahrzehnt. Oh. Wo steht jetzt die 34? Die Zeit, die ich da kriege, oder? Äh, 1970 ist die Zeit. Das sind deine Punkte. Das sind deine Punkte. Ach, die Punkte unter meinem Namen. Das sind deine Punkte. Eine Jahre. Eine Jahre, ja. Also, Madonna war ja wohl 80er und Ender sind 90er, ja. Okay. Ach, die Zeppich, Harry, kanntest du sogar nicht? Kannte ich nicht. Die kannte ich nicht. Nee, aber die Anarbeit konnte ich zuhören. Nullchecker. Spielen wir ins Spiel? Ich zieh dich mit die Honda. Geil. Das klingt gut, ja. Nullchecker spielen wir. Ich glaub, das würden wir sogar alle noch zusammenkriegen. Ach so, das eine ist ein Charakter aus dem Spiel. Okay, dann muss es ja das hier sein. Genau, Model Combat. Das ist das, dass ich mir das überletztes noch geholt hab. Ist doch Street Fighter, oder? Honda, ja. Da war ein Street Fighter, ja. Ich hab die Frage zu spät gescheckt, das war mein Problem. Ja, das hat bei mir auch kurz ein bisschen geraucht. Oh, die 2000er. Ich bin der Telefonjogger für meinen Kumpel und muss jetzt eine Frage beantworten. Ja, gut. Ich bin leider Fernseher geschädigt in der Zeit gewesen. Von der Welt, das weiß ich noch. Das muss man doch eigentlich. Warum besser, oder? Da waren ja alle Fernseher geschädigt, da gab es ja noch Internet noch nicht so richtig. Oh, erst 2010, wenn man da Fernsehen geguckt hat, ist man ein Idiot. Ja. 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 Pro richtige Antwort 10%. Oh, Prozent? Ja, Prozent. Damit es auch fern wird. Cool. Okay, die werden jetzt abgezogen an der Stelle und jetzt haben wir es wieder gut gemacht, sozusagen. Ja. Mhm, mhm. Ey, jetzt weiter. Sieben, das ist natürlich echt stark. Wegt den nächsten Storm. Ja, aber cooles Spiel bis jetzt. Coole Idee. Jetzt auch stark, wenn sie sich nach neun Teilen noch weitere Ideen nennen. Ja. Ja. Wahnsinn. Oh, die läuft an. Wann ging die denn los? Ach du Scheiße. Boah. Boah. Boah, ne, keine Ahnung. Wenn ich das irgendwie gewusst hätte, wann es ein Jubiläum gab oder sowas, hätte ich das gewusst, aber... Ah, stimmt. Das ist eigentlich ein guter... Ja gut, aber zu spät. War es nicht irgendein Jubiläum? Ich weiß nicht mehr. Das sind aber Dinge. Ich würde es mal später gucken. Das sind aber Dinge. Die finden sie jetzt raus, oder? Ja. Also ich nehme einfach Funny Number. Ja, ich habe einfach geraten. 1969. Dings. Hey, das ist so alt. Ich glaube, das ist... Wow, okay. So alt ist es aber nicht. Krass. 71. Ich hätte gedacht, Deutschland ist so spießig und die Sendung ist ja eigentlich... Also sie ist gut, aber relativ spießig. Hey, Barry. Wir haben gleich stand. Das ist mal Coca-Cola im Fernsehen. Oh. Ach, die Cola-Werbung, ja. Ich glaube, ich kenne sie aber nicht, als sie das erste Mal released wurde, natürlich. Boah. Also ich weiß, wann ich sie zum ersten Mal, glaube ich, gesehen habe. Aber ob das auch tatsächlich das erste Mal ist, wo es rausgekommen ist? Mal gucken. Ich finde die Idee dieses Spiels sehr geil, aber ich finde es sehr schwierig. Also vielleicht bin ich auch einfach dumm, aber keine Ahnung. Ich denke, das ist tatsächlich gewollt, dass es ein bisschen geraten ist halt. Ah, verdammt. Ich hatte 93 reingeschrieben. Barry ist einfach ein Wahnsinn. Die Sache ist, ich finde es schade, dass es tatsächlich nur so neuere Jahre sind und nicht sowas wie Antike oder ähnliches. Weil darüber hätte ich mich viel, viel mehr gefreut, dass es solche Fragen wären. Einsteig. War richtig starke Geschichte. Boah. Ich glaube, das ist... Boah, ich keine Ahnung, ey. Jetzt kann man langsam die Telefunkung sammeln, ne? Ja, das wird immer größer, das finde ich cool. Ja, die Zeitspanne wird immer weiter, ja. Ist schon fies. Aber ja, gut. Bin gespannt. Ich glaube, Albert Einstein, das war ja schon gut lange her, hätte es mal behauptet. Oha. Schlau an. Ich hätte gedacht, das wäre irgendwie so zur Nazi-Zeit gewesen. Oh, wiegt ihr nix. Hatte ich irgendwie so im Hinterkopf. Ist sogar noch vor Nazi-Zeit, ja. Oh. Dieser Alarm verrät uns, dass wir den Verlauf der Geschichte geändert haben. Oh shit. Schon irgendwie wichtig. Schauen wir mal, welchen Ort wir verunschaltet haben. Oh. Ries. Ja, stimmt. Das ist jetzt ein Bild. Und da ist was eingefügt und ihr müsst ihr raten, welches Bild das ist. Oh, das ist riesig. Du Scheiße. Was ist eingefügt? Äh, dieser riesige Turm. Ah ja. Okay. Ich glaube, ich weiß das sogar. Boah. Aber ich traue mich nicht, das zu sagen. Gut, wenn ich raten müsste, weil ich wüsste jetzt gerade nicht, ob die Küste hier zu Australien gehört oder nicht. Aber ich hätte jetzt aber gesagt Sydney. Es müsste Sydney sein. Ja. Wollte gerade sagen, das ist Sydney. Alles klar. Das weiß ich nur, weil ich den Flight Simulator gespielt habe und da rüber geflogen bin. Ah. Fuchs. Okay. Bei der Hand oder so. Oh mein Gott. Mit Bewegungssteuerung. Oh, das ist ja... Okay. Meiner Meinung nach übrigens der beste Soundtrack jetzt. Was für jede korrekte Antwort werden... Ah ja. Okay. Versteht man wahrscheinlich, wenn man es spielt. Warum wird Heimlob in einem modifizierten Klösrang stattfindet? Weil Wissenschaft. Darum... Einer Meinung nach. Das ist echt mal. Ach du Scheiße. Wie alt wurde die Frage? Ich habe keine... Kann so eine ganz schön gemeine Fangfrage sein. Ich habe keine Ahnung. Ja, das stimmt. Wie am Sonntag war ein Gang, wie merkt man... Wir kriegen wieder keine Auflösung. Bin ganz... Das kommt gleich. Das kommt wahrscheinlich später. Die selbe Frage nochmal, aber mit einem Tipp. Okay. Okay. Wir müssen das sinkende Schiff zugunsten einer anderen verlassen. Hier sind ein paar Infos, die euch ins Grübeln bringen könnten. Hier sind ein paar Infos, die euch ins Grübeln bringen könnten. Let's go! Hä? Okay, dann war das wirklich eine Frage. Sind es sogar vier? Ja, 60. Ja, aber... Ach, Schande, ey. Egal, ich nehme zwei... Bam! Minus 40%. Nice. Nicht schlecht. Und schon für Trikots. Ne, jetzt ja los für's. Ne, Magnesium. Ne, Magnesium mal 12. Wow, alter. Wow. Richtig krass. Wie viele Runden gibt es da? Selbes zum Spiel. Also, äh, drei Stück. Das letzte ist aber ne sehr kurze Runde, da wird's in Prozenten abgezogen. Also wer am nächsten dran ist, kriegt die meisten Prozente. Ah, okay. Ja, aber cooles Spiel, interessant. Ja. Man, hier wird noch normal gespielt. Dann haben wir erst. Kleiner Hinweis. Falls es bei euch nicht so gut läuft, erhaltet ihr von eurem zukünftigen Ich etwas Hilfe. Okay. Okay. Warum euch euer zukünftiges Ich nicht einfach die Antwort übermittelt? Tja, das müsst ihr unter euch ausmachen. Okay, ich frage ihn gleich. Ich hoffe, der Trikots auch noch Hilfe bekommt, obwohl er sehr nah dran ist. Ja. Verdient. Boah. Boah. Gute Frage. Ich kann auch noch gar nichts auswählen. Warte, was? Ich hab keine Ahnung. Kann man auf diesen Tipp, kann man sich auf den Tipp verlassen? Jaja. Ja, kann man. Kann man. Ich hab die vorletzte Zahl bekommen. Und das stimmt. Ja, ich auch. Vorletzte, ja. Also wir bekommen alle den selben Tipp. Okay. Aber ganz oder prozentig weiß ich es trotzdem nicht. Du müsst auch abgeben. Achso, wie mach ich das? Ja noch. Ihr müsst den Tipp wegmachen und dann auch bereit. So, hab ich jetzt gar nicht abgegeben. Ich hab jetzt auch nicht drauf gedrückt. Aber es scheint... Ah, das ist für mich angenommen. Aber ich war mir nicht sicher, ob 43 oder 44. Ich hab gar nicht auf den Tipp geachtet. Ja. Du hast auch keinen bekommen. Also die ersten beiden bekommen keine Tipps. Okay. Das ist ja fies. Boah. Woher soll man das wissen? Ne. Wie? Einer von euch ist nicht 200 Jahre alt? Ich bin nur 150 Jahre alt. Scheiße. Wäre ja gern 300. Ich rate einfach mal ins Blaue. Ja, was sonst, ne? Ja. Ja. Aber solche Fragen ist meist immer irgendein Extremwert. Ich... Reiß mal die Zeit zurück. Hallo ihr da hinten. Was? Hey. War gar nicht mal so schlecht. Junge, Junge. Es wird aber ordentlich Punkte gesammelt. Es wird grad gefarmt, ja. Boah. Boah. Ich hab halt so das Wissen um den ersten und zweiten Weltkrieg so aus meinem Gehirn verbannt mittlerweile. Das ist echt wirklich so. So oft wie das in der Schule unterrichtet wird kannst du es mittlerweile auswendig. Ja, nicht mehr nach 15 Jahren. Nach 15 Jahren. Da muss man nochmal einen Nachhilfe kriegen. Ich weiß dann nur noch irgendwas, dass da mal was war mit hier, keine Ahnung, hier irgendein Typen. Fick mit A an und... Komisch Bart. Wof. 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 Welches stimmt jetzt von den beiden? Das muss doch 34 sein oder nicht. Jetzt bin ich vor Unsicherheit. Was? Hä? Der Kick war 39. Also wie viele Schlachten wurden eigentlich geführt hier in 44, Alter. Hätte gedacht die wäre er gewesen. Das war der zweite Weltkrieg. Alter. Upsi, wupsi, genau. Ja, Weltkrieg. Habe ich es so aus meinem Gehirn verbannt mittlerweile? Ja, das habe ich auch damals nicht aufgepasst. Das hat mich schon damals nicht interessiert. Also mittlerweile schon eher. Es ist ein langweiliges Thema im Vergleich zu anderen Themen. Alchemisten aus Neu-China erfanden. Ah, ich würde raten, die haben da was... Ich verstehe das nicht. Du musst sagen, was die eigentlich 900 nach Christus erfunden haben. Nicht Coca-Cola, sondern was die Statisten erfunden haben. Okay, alles klar, danke. Macht aber auch Sinn, weil die waren ja dann langsam hier militärische Wände und sowas. Er ist ein Hip-Popsong, der ist in die Wand, ich glaube, der war Rappers, die Light. Äh, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich rate einfach mal, was sinnvolles klingt. Ich rate einfach mal, was sinnvolles klingt. Keine Ahnung. Keiner hat es gewusst. Egal, 20% nehmen wir mit. 20% nehmen wir mit. Ist okay. Nein, würde man sagen, Magnesium immer noch vorne, oder? Ja. Ja. Strong. Mit starkem Abstand. Zwei Notendurchschnitt in der Schule hatte Magnesium. Der hat doch bestimmt das Geschichtsbuch neben sich liegen. Gehen wir in die Zukunft. Ich wünschte, den Satz hatte ich direkt vor meiner letzten Wurzelbehandlung gehört. Okay. Ah, das ist es jetzt. Was? Elton John geht auf 8. Abschiedstour? Ich glaube, das ist einfach nur ein reines Wort an der Stelle. Ich glaube, da gibt es keinen wirklich, äh... Ihr müsst eigentlich sagen, ja, wann wurde er geboren, dann plus 100, ja. Achso. Also, wann wäre er 100 Jahre alt? Achso, wann wäre er 100 Jahre alt? Dann muss man sein Geburtstag gewissen und das weiß ich auch nicht. Say, ja. Keine Ahnung. Aber auch interessanter Approach, weil ich hätte jetzt einfach... Er hat aber letztens einen runden Geburtstag gehabt, das weiß ich noch. Das ändert nichts. Nee, das hilft mir nicht, nee. Mir auch nicht. Entweder bin ich drauf oder ich bin weg. Ja, sag ich doch. Ja, immerhin, gar nicht mal so weit weg. Ach, und dann kriegst du, je nachdem, kriegst du Prozentchen abbezogen. Oh, selbst ich krieg noch die 40, krass. 10, gib mir 10! Ich wollte aber 10 haben. Du hast 20. Du hast 20. Jetzt will ich nicht mal spielen, ich geh. Tschüssi. Ja, im Spielschirm hat sich jetzt nicht viel geändert. Oh, nee. Fällt doch gut aus. Hey, Glückwunsch. Herzlich Glückwunsch. Strong. Ja, aber ein cooles Spiel auf jeden Fall. Eine coole Idee. Hätte jetzt echt überlegt, okay, was wollen wir jetzt hier an der Stelle mit Time Jinx, ja, und so, aber wenn das Trivialfragen sind, mit, ja, du musst Jahre bestimmen und sowas. Das ist ganz cool. Ja, war wirklich cool. Ja, mein persönlicher Favorit halt aus diesem Pack. Ja, gefällt mir auch sehr gut, tatsächlich. Also, es wäre, mein zweiter Platz wäre das andere Game, das so verbuggt, was ich eigentlich favorisieren würde. Ah, okay. Das ist natürlich später. Hm. Die machen aber auch jedes Mal einen kleinen Song, einen kleinen Jingle machen sie da, für jedes Spiel an der Stelle, ne? Auch jetzt hier. Also, wie gesagt, ab dem neunten Teil hat Jackbox selber alles übersetzt. Hm. Das heißt, nicht mehr Fan übersetzt. Okay. Das heißt, das ist offensichtlich. Okay. Ähm, wollt ihr direkt nach einer Runde das nächste, oder? Ja, hätte ich gesagt. Also, machen wir dann. Machen wir dann gleich das nächste in der nächsten Folge, ne? In dem Sinne. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Tschüssi.